Hallo ich bin Richard. Hi Richard, ich bin Rico. Wie gefällt Ihnen Dresden? Sehr gut. Wo haben Sie Eishockey gespielt? In Kanada, in Amerika und in Italien. Auf welcher Position haben Sie gespielt? Auf Ihrer Freizeit? Golf. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder. Wie alt sind Sie? Mein Sohn Rico Junior ist 21 und mein Doktor Nicole ist 17. Warum sind Sie zu den Eisholmien gekommen? Weil das war eine offene Position für einen Trainer und das gefällt mir hier. Mein Lieblingsspieler ist Tom Garlick. Was halten Sie von ihm? Mein Lieblingsspieler ist Tom Garlick. Was halten Sie von ihm? Der ist ein sehr guter jungen Spieler, der kann sich sehr gut entwickeln. Wann spielt Marco Eisenhut wieder? Wenn seine Zeit kommt. Würden Sie mal ein Training bei uns leiten? Welche Mannschaft bist du denn? Mit welcher Mannschaft bist du? In U9. Und wer ist dein Trainer? Herr Müller? Also, ich spreche mit Herrn Müller und wir organisieren was. Okay. Okay? Super. That's it? Keine andere Fragen? Nein. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist definitiv mehr laut in hier. Fans singen und lebt durch die ganze Spiel in Finnland. Ich denke, es ist mehr so, wenn wir spielen, sie werden laut. Aber es fühlt sich, wie es die ganze Spiel macht. Ich glaube, das ist das, was wir in Finnland sagen, wie es der Soccer-Culture kommt. Die Fans singen und die ganze Spiel. Es ist unglaublich. Ich war wirklich überrascht, wie laut es war. Besonders am Sonntag, wenn es hier quasi ausgelöst wurde. Das war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Ich habe noch eine Frage zu den Fans gestellt. Ob es denn ähnlich ist im Vergleich mit der Lautstärke in Finnland und Deutschland? Es ist hier schon anders. In Finnland sagen sie immer, es ist eher eine Fußballstimmung. In Finnland sind die Fans nur laut, wenn sie mal ein Tor schießen. Aber hier ist es so, dass ständig Lärm ist. Die Fans machen Radau. Und das gefällt ihnen sehr gut. Das war für ihn auch eine ganz neue Erfahrung. Und er findet das klasse, dass die Unterstützung von den Rängen so spürbar ist. Ja, in den nächsten Spielen, was du denkst mit der Team möglich ist? Ich denke, wir werden natürlich in beide Spiele gewinnen. Und es wird schwer sein. Wir sind auch ein guter Team. Also, wir müssen unser Bestes machen. Und ich sehe keinen Grund, warum wir es nicht machen wollen. Also, ich bin gespannt auf das Wochenende. Und es werden zwei gute Hockey-Games sein. Ich habe ihn noch zum Wochenende gefragt, was denn möglich ist. Es ist ein schwerer Gegner, Freiburg. Die stehen auf Platz zwei. Aber er wüsste auch keine Gründe, warum sie sie nicht schlagen könnten. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten und alles in das Spiel legen, damit sie auch Punkte mitnehmen können. Ja, Rico. Danke schön. Danke schön.